Siegbert! Ja. Was sind die Überbleibsel von ihm? Ich muss eine schon. So, mach mal das Holz wieder dran. Siegbert. Stirb unter Qualen, äh, Ruhe in Frieden. Total unauffällig. Total unauffällig. Aber muss ich sagen, der war geil. Ja, der hatte was recht erotisches. Brauchst du eigentlich bei dem Gold und bei dem Zeug, äh, Erz oder? Äh, ne, die, die Ohrs. Also unverarbeitet. Ja, unverarbeitet. Dann komm her. Ja, wir, wir finde ich. Hol's mir dann. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob das noch alles in die Kiste passt, deswegen. Am besten erst mal. Und ich hab zu wenig Zaun. Oh nein. Echtlich. Oh mein Gott. Das ist so fürchterlich. Oh ja. Total. Ich bin mal so frei und mach mir ein Mitril-Set. Danke. So. Weißt du mal so, hast du das wieder gesehen? Er macht nichts außer den ganzen Scheiß zu farmen. Und baut sich dann wieder gleich alles. Ja. Ja. Dann denkst du an sich. Anders so wie ich, weißt du. Ich bau den ganzen Tag, nimm ein Platino und geb's einfach mal aus. Merkst du den Unterschied? Jetzt bin ich wieder der Boomer und fickt euch den Zahn. Der Boomer. Unter anderem mach ich mir das Zeug auch nur, weil ich dann wieder runter geh und die Abwehr gut brauchen kann, weil ich da unten ziemlich kassier. Damit hast du jetzt immerhin schon mal einen Kobalt-Set. Stimmt. Also sie ist positiv. Ah. Also warte ich die Tür geben. Ich schieb sie hier unter die Tür. Wie so eine Katze, die sich unten durchquetscht. Ja, ne? Alter. Aber was gibt's denn das eigentlich für Bonus? Oh. Gar nicht schlecht. Aber was willst du denn eigentlich für den nächsten Zauber holen? Äh, dazu muss erst einmal diese komische Dings wieder kommen. Diese komische Magier. Und der Guide. Ah, okay. Und da weiß ich schon, was ich mir baue. Aber ich weiß nicht, was ich dazu brauche. Was denn? Das ist so ein komisches Buch, dass die Gegner debufft und ihr dann mehr Schaden macht. Und ich auch gut Schaden mache damit. Äh, klingt nicht schlecht. Ist auch ziemlich... Ja, ist für den Anfang eigentlich ziemlich gut. Später ist es auch wieder nutzlos. Später muss ich auf den Hitzebeam gehen. Amaphaar in Malaysia. So ungefähr. Okay, äh, ich brauche Holz. Warum haben wir eigentlich... Jetzt muss ich mal fragen. Warum haben wir eigentlich zwei verschiedene Truhen, wo Tränke drin sind? Weil ich die Tränke so gesortiert hätte, dass... Weil wir später viele, viele, viele Tränke bekommen. Und ich fange einfach bei den anderen Tränken, sobald die hier... Äh, voll ist. Ich glaube, die ist schon voll. Fange ich da eine zweite Reihe an von den Tränken. Außer von den Heiltränken. Weil da haben wir ja mehr. Könnte ich eigentlich jetzt schon anfangen. Damit wir dann quasi, was weiß ich, 60 Wasserlauf-Potions und so weiter haben. Wo gehören die Statuen hin? Unten? Auch unten. Okay. Wamm, wamm, wamm. Weg mit euch. So. So. Wo haben wir es? Na, da muss ich natürlich wieder da hinlaufen. Ah, da, 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 da. Äh, äh, so. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, da baue ich mal 20 Stück. So. Wo sind unsere Boss-Dinger? Äh, unten mit der Reihe. Da, wo die ganzen Guide-Statuen drin sind. Oh, da echt? Ja. Ach, da, unten links. Ah, okay. Ah, okay. Erste. So viel Zeug wieder und, ja. Was sind unsere ganzen restlichen Spiegel eigentlich? Bei Accessoires glaube ich. Yay, erste Kobalt-Rüstung. Ah, die sieht am beschissensten aus. Hahaha. Wie ist der, ey? Wir haben noch vier Cloud und eine Bottle überflüssig grad. Ja. Ah, Nurse ist da. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte grad, das käme schon wieder da. Irgendwas anderes. Ich know what I mean. Ja. Ah, die Nurse ist sogar gut eingezogen. Die passt, wo sie ist. Ein Spiegel. Das wird hier auch wohl wieder. Da kommt der Mitril rein. Wo sind die Hermes-Stiefel eigentlich? Die Hermes-Stiefel kannst, äh, wenn nichts drin ist, dann kannst du dann neun Slot anfangen. Ach, da sind, ah, Munition. Äh, da ist wohl noch nix da. Ah, Hermes-Stiefel zack rein. Ach ja, und hier ist auch noch Gold, äh, das hat man alles reingefasst. Ich hab aus Versehen wohl doch wieder mitgenommen. Hahaha, gold-erz, gold-erz. Hm. Ich bin am überlegen, ob ich für die Erze nochmal ne separate Kiste anfange. Einmal für die Bahn, weil zwei Stacks von allen Bahnen sollten eigentlich reichen. Ja, aber zwei Stacks von allem Erd sollte auch reichen. Hm, von den Erzen nicht, wenn ich das alles umbauen will. Die ganzen auf Gold, das frisst ordentlich. Ach, naja, egal. Erst einmal. Aber grad, wo du fressen andeutest, ich hab Hunger. Ach, fick dich, Chili. Womit mal, irgendwo hab... Ja, Mann. Oh, ich... Jetzt... Weißt du... Kenn... Kennst du diese Hello my name is Schokolade von Linda? Nö. Davon hab ich mir zwei, äh, so... Die sind... Die sind so mit Cookies und, äh... Und, ähm... Erdbeerkäsekuchen. Das gibt's in extrem vielen verschiedenen Sorten und schmecken halt extrem geil. Kosten aber bald auch einiges. Aber bei uns, äh, in der Nähe dem Kupsch, der hat Ausverkauf und der hat die direkt erst mal 20% billiger ver... Wow. Verkauft. Aha. Und die schmeckt einfach wirklich übel geil. Kann ich dir nur ans Herz legen. Dum, 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 dum. Einmal. Und die Cookies schmeckt auf jeden Fall geil, also die schmeckt... Oh. Die Grabsteine rein. Das da rein. Alter! Weißt du, ich will mir ein Stück Schokolade abmachen. Werd' dauerhaft angegriffen an den Seiten. Das... Pick doch den Knied halt. Das kommt jetzt erst einmal da rein. Äh... Munition haben wir noch. Munition. Äh, 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 äh. Warum hab ich so viele Höllenfeuer? Egal. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ach guck, guck mich nicht an. Zu spät. Richtig mal. Wer stöhnt da rum? Ich teste jetzt mal was. Okay, Büsser ist da. Und zwar... Test bis aufs weitere Versionen. Ne, 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 ne. Ähm... Ich brauche ganz viel Glas. Düm, 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 düm. So, dann brauche ich ganz viele Flaschen. Ja, und die Chili dabei hast, hast du ja schon mal eine Flasche. Ich hab's da diese Aussage gerade ignoriert. Hm. Na, ich bereite mich gerade nur auf einen gescheiten Konter vor. Aber ich bin ehrlich. Ah, Tieti, du bist ja viel zu spät. Das ist auch... Cut zwar was, aber das war nicht so gut. Also das, wenn klappt, was ich, äh, machen will. Willst du machen? Äh, das siehste dann. Etwas Besonderes, genau. Da brauche ich erstmal Wasser. Wo ist in der Nähe was? Ah, da, da ist Wasser, da unten. Okay, die Viecher machen wir ein bisschen zu viel Schaden. So. Dann brauche ich jetzt ganz viele Wasserfraschen. Ich teste das jetzt nur mal. Also ich mache mal Wasserflaschen ganz viele. Und dann brauche ich ungefähr 50 Gold. Ja, das habe ich per Zufall auf dem Singleplayer rausgefunden. Ja, Zufall. Ne, ich mache ja nur Wasser mit Wasserflaschen. Alter. Sobald hat es ja gesagt, sieht das auch geil aus, ne? Ja, nimm einfach mal mit. Das kann erstmal weg. Das braucht kein Schwein. So. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Was? Rechner. Also er kann zählen, er ist uns weit überlegen. 30 plus 7, das sind, äh, dö, 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 dö. Ne, jetzt kann er auch noch Mathe. Er ist uns echt weit überlegen. Fast 1000, 997. Oh nein, er kann vierstellige Zahlen auf, äh, kann vierstellige Zahlen nennen. Das ist schlimmer, als ich gedacht habe. Äh, dann brauche ich jetzt erst einmal Gold, ganz viel Gold. Da muss ja einiges da sein. Ja, 42. Goldskiste, ich komme zu dir. Ärmes Stiefen, ernsthaft. Ich würde sagen, wir testen das jetzt erst einmal mit. Es gibt eine Pilzstatue. Was, es ist schon wieder rüber gewachsen. Ach, Fuyu. Wie weit muss das dann weg sein? Muss das drei, du, weg sein? Ja, ich mache dann einfach mal vier. Na, hole ich mir mal. Vorerst. Wie wäre es, wenn du zwischendrin nicht einfach nur so eine Tür machst, oder so, so einen Trenner wirklich? Ja, nee, ich mache das dann gleich wieder weg. Das mache ich gleich. Na, wo fängt das dann ab? Hier müsste es anfangen. Ne, ich dachte eigentlich, dass drei reicht. Ich mache das jetzt einfach mal fünf breit, einfach um schön abzutrennen. Na, ich mache das ein bisschen breiter. So ist da. So passt. Düm, 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 düm. Ach, stimmt, das geht ja noch gar nicht. Na, egal. Dann hebe ich mir das mal auf. Dann brauche ich jetzt eine Kiste. Äh, Kisten sind ja da unten. Die stelle ich jetzt einfach mal mitten auf dem Weg. Warum tust du sowas? Oder was ist eigentlich so eine... Hä? Wieso bist du jetzt hier unten? Na, egal. Ah, nur ein bisschen Kupfer, oder? Ja. Okay. Irgendwie vermisse ich den Herrn Zahllut. Okay. Ah, und seinen alten Lehrer. Der war schon cool drauf, ey. Oh ja. Okay. Dann, du Idiot. Du kommst erst einmal hier weg. Verstehe ich nicht, wieso du da oben rausgegangen bist. Okay, dann, gib du mir mal ein Buch der Flüche. Aus dem, was brauche ich dafür? Ich brauche dafür... Seelen der Nacht und Ich-Ohr. 30 Stück. Dann... Wie viele Seelen da noch brauchst, du? Äh, 15. Okay, das heißt, wir farmen da jetzt ein bisschen. Dann habe ich auch einen schönen Zauber. Wieso? Ja, den droppen ja... Ich bin scheiße mies, ey. Ja, die droppen ja diese komischen... Also, ich weiß, was ich da brauche für welche. Ich hoffe, dass da jetzt nicht wieder was weitergewachsen ist von diesem roten Zeugs. Sonst bekomme ich einen Ausraster. Ne. Jetzt passt alles. Jetzt ist es wieder schön grün. Aber da wächst es weiter. Verdammt. Da ist schon wieder eine neue Statue. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Das sieht aus wie ein Ball. Bombenstatue. Lol. Ja, das Ichor bekomme ich ja von diesen Spinnen, oder? Nope. Was bekomme ich dann von diesen komischen Spinnen unten? Äh, das bekommst du von dir... Das ist im roten Gebiet diese komischen Viecher. Die kommen erst auf dem Hartenhaut. Ja, meine ich ja. Diese komischen Bloodcrawler. Ne, nicht Bloodcrawler. Ne. Keine Ahnung, das sind so komische Dinger mit riesigen Blasen. Ja, 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 die meine ich ja. Ach. Ich sollte mir auch ein paar Dinger mitnehmen. Ein paar Mana-Tränke. Und Heiltränke für die Viecher. Kleiner Tipp. Heiltränke. So, wie nehme ich die eigentlich? Ähm... Was? Muss ich kurz mal trennen. Einstellungen. Steuerung. Schnell, Mana. Das mache ich auf... F. So. Muss nur kurz gucken, wie ich mir... Ach, die Mana-Potsch. Ja. Okay. Das Gold sollte ich wahrscheinlich am besten ablegen. Gut. Gut. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Vielen Dank.